Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, schöne Sonne. Ab in die Stuhle. Und, was hat's da in die Böcke? Ein Fruchtweck, ein Riesel und ein Traum. Ich ess schon mal ein Brötchen. Guten Morgen, liebe Leute. Leg mal auf. Guten Morgen, Wolfgang. Am Morgen. Wolfgang am Morgen. Na, was gibt's Neues? Ja, zeig, was gibt's Neues? Ach, was ist denn das? Angelzeitung schon wieder. Sieben Rasen, Johanna. Ach, das ist furchtbar. Naja. Abgeleitet von meinem Alltag, kann ich's als gut nachvollziehen, ist mir Neues. Wieso, was ist denn bei dir? Ja, dauernd was Neues ist, was bei mir ist. Bei deinem Alltag. Was hat denn mein Alltag damit zu tun? Alltag! Na gut. Sorry, jetzt dicht. Jetzt... Ich hab immer besser raus. Den hat aber auch immer besser raus, der hat ne Kellerallergie. Guck' die geben aber hey, das ist so krass. Wissen, wie so alle wegfliegen so grotscht alle raus. Ey! Das ist dys tolle. Das ist ne Allergie. Weil er mir hinter … Ich dann weiß auch nicht, das kriegt ja so irgendwie, ob das hier unten kühle Luft ist. Weil Staub kann das hier jetzt datasets corresponds pharmaceutical say. Hundequote erfüllen heute. So, noch Kuschelquote. Das ist süß. Jetzt wieder Schleudertrauber. Jetzt zeigen wir nicht, dass der total verwahrlost ist. Hey, hey, hey. Ist ja gut jetzt, du alter Allergiker. Ich hab so einen langen Hecht beinahe gesagt. So einen kurzen müsste ich fast sagen. Zu kurzen Maulschlüssel. Ja, genau so. Keinen Hebel. Ja, das ist wie im echten Leben. Keinen Hebel. Ja, so einen kurzen. Lenker und Gabel. Kannst dir vorstellen, wie nervös mich das mit mir macht? Ich meine, der leidet ja, der hat ja irgendwas. Mal einschläfern oder so. Denk doch mal über das Einschläfern nach. Das jeden Tag dabei. Ja, nicht immer beim Einschlafen, Einschläfern. Ja, ich denk darüber nach und dann schlafe ich dabei ein. Ach so. Aber der ist ja grausam. Guck mal, da ist er erst acht. Wie alt bist du? Sag mal, acht. Hast du gesehen? Da muss man genau hingucken, dann hört man das. Schussi. Ja, die ist schon in Ordnung. Wenn der eine Kamera sieht, hört der sich auch. Ich auch. Schussi. Dann legt er sich lieber hier in der Ecke und siehst du da hin. Hast du jetzt deine Dinger da gefunden? Ich habe meine Dinger wieder gefunden. Ich habe die gesehen. Die Adapter. Ich weiß schon, was du meinst. Aber weil ich eben das Teil unten drunter noch gar nicht habe. Aber das muss bei mir noch liegen. Und ich habe aber keinen Bock, durch meine tausend Sachen durchzugehen. Ich geh mal durch meine eigene Sache durch. Warte! Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Es ist dunkel. Es ist dunkel hier. Sieht man das Licht? Ah. Kelleruniform. Es riecht nach Tod. Tod. Sind die Todgeweihten hier oben im Mund? Ah! Ups. Entschuldigung. Ach. Ach. Ja. Ja, da brauchst du ja nicht mehr, oder? Doch. Die Gegenhalter. Die Gegenhalter? Das ist kein Gegenhalter. Mann! Die Gegenhalter. Das ist nur eine Zugführung. Ja, aber ich meine mit dem Teil nur hätte das... Weil der hier gegen stößt. Der stößt nicht gegen. Der stößt nicht gegen. Nein, der ist es nur, damit es nicht ausrutscht. Damit es nicht, wenn es mal verkantet oder so, nicht raus... Verkantet. Jetzt wird immer noch philosophisch gekannt. Ach, er will... Wer wäre denn jetzt Immanuel oder Hermann? Gute Frage. Ich habe dann Emanuel gedacht. Immanuel. Immanuel. Wie heißt der andere? Kenn ich gar nicht. So, dann noch ein Kronleuchter mit ins Bild und anschieben. Ähm... Weil du so lange gesucht hast, 500 Euro. Guck ich mal, dass es runter geht. Ich wollte jetzt kein Geld. Ach so, du wolltest kein Geld dafür sein. Nee, dass ich jetzt... Ich komm eine Bänder noch mit dahin, oder? Ja, mach mal. Nimm das mal schön auf. Ja, nee. Ich muss das doch... Ach so. Okay. Nimm das ja kein Ende hier. Jetzt war... Ich weiß ja gut war. Ihhh... Jetzt haust du ab. Nimm den Hund mit. Gau. Gau. Gazelle, Vorderradrad. Vorderradblatt. Nicht das letzte heute wahrscheinlich. Eckbar raus. Neuer Schlauch. Und der Reifen ist schon so alt. Er hat aber wie immer kein Geld. Für nur den Reifen. Also werde ich den alten Schlauch wieder als Anti-Plattband mit reinpacken. Oh, der ist geflickt schon. Ventil rausschneiden. Der alte Schlauch rein. Schön flach, nicht verdrehen. Der neue Schlauch rein. Unter den alten. So. Das wird ein bisschen knifflig, weil da ganz schön viel Material jetzt drin ist. Auf keinen Fall den neuen Schlauch quetschen. Möglichst mit der Hand alles. Fertig ist es. Sehr schön. Jetzt wird noch die Bremse eingehangen. Der iPhone ist aber nicht. Wieso erzählt ihr denn sowas? Wieso erzählt denn meine Tochter? Die darf nicht bei den Bundeslugspielen mitmachen, weil ihre Mama ihr das verbietet. Warum macht die das? Das stimmt überhaupt nicht. So wie ich das verstanden habe. Aber wir haben auch gar keinen Zettel gekriegt, mal das abgesehen. Da hat der eine Elternvertreterpapier geschrieben, dass es erst ab der dritten Klasse losgeht. Das habe ich da auch gar nicht weiter nachgefragt. So. Ich baue mal die Garnitur um. Ich baue mal die Garnitur. Ich baue mal die Garnitur. Ich baue mal die Garnitur. Unterlagsscheibe drunter machen. Oh, die Unterlagsscheibe muss ich so abpfeilen, oben und unten ein bisschen. Damit es passt mit dem Zahnriemen. Ich bleue. Ich mache das bleue. Warte mal. Ganz kurz. Ich muss das nur ganz kurz. Sonst bin ich so unbefriedigt. Unbefriedigt in die Pause ist nicht gut. Es kommt doch alles aus derselben Region. Ja, kommt doch alles aus derselben Region. Aber weißt du zum Beispiel, also klar, Bio-Ketten einzukaufen ist richtig scheiße. Weil das ist einfach nur teuer und das ist voll die Verarsche. Das ist auch derselbe. Das ist auch derselbe. Genau, wenn du willst. Aber ich kaufe mein Gemüse von Bauer Klaus und mein Eier auch von Bauer Klaus. Das einzige, was ich halt noch in normalen Supermärkten kaufe, ist Milch. Käse kaufe ich auf dem Markt. Brot kaufe ich da. Gemüse kaufe ich von Bauer Klaus mit den Eiern. Manchmal hat er auch Käse und Brot. Und da bei ihr gibt es auch Nudeln zum abpacken und alles. Die Geschichte von Bauer Klaus hat mich wieder aufgebaut. Arnd testet Sesselrad. So liebe Leute, ganz kurz mal. Dynamo, Seitenläufer Dynamo und Ion. Läuft nicht mehr. Schmeißt zumindest keinen Strom mehr raus. Warum? Hier unten sehen wir das total verrostet. Wie kriegen wir das jetzt hier entrostet? Dafür löse ich hier unten diese Schraube. Und schwupps, da haben wir das schon. Das wird entrostet. Legen wir erstmal hier hin. Mit Schräubchen. So sieht das aus. Und dann gucken wir uns den Rest hier an. Jetzt testen wir natürlich vorher, bevor wir den ganzen Schnulli machen, testen wir natürlich den Dynamo. Ob der überhaupt nah läuft. Und zwar direkt hier an diesen Kontaktfedern. Die muss auch entrostet werden. Das sieht man schon. Sieht auch nicht mehr so schön aus. Jetzt schnappe ich mir eine Lampe. Klemm die da ran an die Kontakte. Und dann checken wir. Und sie macht Licht. Jeder andere Fahrradladen würde jetzt sagen, ich tausche meinen Dynamo raus, der funktioniert nicht mehr. Kein Mensch schraubt den auseinander. Aber eigentlich gehen die Dinger kaum kaputt. Die gehen nicht so gut wie nie kaputt. Also ein bisschen Fleiß kriegt man den wieder hin. Hier ein bisschen Kontaktpflege. Da ein bisschen Kontaktpflege. Ein bisschen fett rein. Und dann geht das los. Natürlich braucht man Zeit dafür. Leute, was ihr zu Hause machen könnt, ein Fahrradladen würdet auch nie machen. Normalerweise. Weil einfach die Zeit fehlt. Die Zeit ist nicht da. Weil es ist natürlich viel zeitintensiver, als würde man einfach eine neue Dynamo einschrauben. Das ist natürlich wesentlich günstiger dann auch. Eigentlich in dem Sinne. 15 Euro mit Montage nehme ich für den Dynamo. Jetzt für die Aufarbeitung hier. Keine Ahnung. Mistik auch was nehmen. Eigentlich mache ich aber nicht, weil ich mache ja ein Video davon. Und dann ist das quasi für den Kunden jetzt ein Geschenk. Also wir drücken hier die Dinger raus. Die kann man rausdrücken. Ja. Da fallen sie raus. Ich meine. So ein Glättchen macht natürlich keinen Kontakt mehr. Wo sollen da Kontakte herkommen? Ist ja klar. Da passiert nichts. Wenn wir hier draufblank. Linksblank. Rechtsblank. Ich könnte mir auch einfach edelt Metall nehmen. Dann hätten sie das Problem nicht. So sieht das dann aus. Unterschied vorher nachher. Jetzt kommt ein bisschen Fett hier rein. Entschuldigung. Da ist es interessant. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Jetzt wird die hier drin. Mit Fett aus dem Grund, weil die sind ja natürlich jetzt noch besser ... noch mehr angreifbar. Ne? Was Korrosion betrifft. Das will ich ja so ein bisschen vermeiden, deswegen halt ich ein bisschen Fett drauf. jetzt zum dynamo werdet ihr noch immer ein bisschen diese zwei fehler ein bisschen mit dem trag busse bearbeiten das ist schon so ein bisschen getunt und jetzt brauche ich das wieder rein einfach fertig und das war's jetzt schauen wir mal ob das funktioniert hier ob die kontakte stimmen oder so muss man ja auch sehen also niemals aufheben mit ein bisschen arbeit drinstecken funktioniert jetzt schließen wir vorne die lampe an und dann ist das rad auch erledigt damit relativ wenig aufwand gemacht man weiß wie ein bisschen frei feiern ein bisschen fettruf muss man machen werden sonst fängt sofort wieder an zu rasten natürlich könnten sie einfach auch die kleinen plättchen aus edelstahl herstellen und federn aus edelstahl und dann werdet erledigt und würde nie wieder was kaputt gehen aber das ist ja nichts in der sache das wissen wir alle damit verbleibe ich mit dieser dynamo geschichte dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten ding nuki will ja ich muss nicht essen ne ne ganz hoch ist kann sie ineinander stecken ich muss reste essen schnell resten naja meinen kindern schmecken nur waffeln hier schmeckt kein kokos hat sollte festgestellt und papa muss die weichen reste essen naja meine frau sieht anders aus ja da sind wir wieder mit dem wunderschönen lager das ist da auf alle fälle und diesem getriebe zahnriemen zahnriemen grad eine stunde 26 um himmels willen natürlich eine frickel rein raus rein raus eine alfin drehkugel garnitur ist anders angesetzt als eine rennrad garnitur natürlich hätte ich mir auch denken können deswegen musste ich jetzt hier den ansatzpunkt sozusagen also die kettenlinie ist eine andere musste die kettenlinie hier ein bisschen verändern das habe ich geschafft das habe ich gemacht jetzt läuft es so kann man es lassen macht feierabend sortiere noch ein bisschen fahrräder und dann habe ich ja noch ein paket bekommen das muss ich auch noch auspacken ich habe aber nichts mehr zu tun letzte aktion heute pack mal paket aus ja nicht gut geschützt leider wird das so ein bisschen schwierig weil die frau natürlich flach gepackte paket und so versendet man die nicht da macht man wenigstens ein holzklotz hier schraubt man da rein damit das nicht zusammengedrückt werden kann 510 hatte hoch der wurde mir klaut nach einer woche der red bull al 500 ok so ein bisschen gesäubert habe ich den so richtig kriegen nicht hin das total angegriffen hier von irgendwann irgendwann macht feierabend jetzt jetzt ist noch 21 uhr ich mache feierabend jetzt es ist noch 21 uhr ja ganz kurz bis dann bis morgen bis hin und ciao